M wie Monitoring Das Monitoring der Bundesnetzagentur dient dazu, den Fortschritt des Netzausbaus regelmäßig zu überprüfen. Hierzu erfasst sie den Planungs-, Genehmigungs- und Baufortschritt der neuen Höchstspannungsleitungen in Deutschland. Im Monitoringbericht findet man umfassende Informationen zu jeder einzelnen Leitung, beispielsweise zum Stand des Verfahrens, zur voraussichtlichen Inbetriebnahme sowie zur verwendeten Technologie und der zuständigen Behörde. In jedem Quartal melden die Übertragungsnetzbetreiber den Stand des Ausbaus an die Bundesnetzagentur. Diese stimmt die gesammelten Informationen mit den Bundesländern ab. Beispielsweise wird dabei geprüft, ob die Genehmigung zum Bau und Betrieb in dem angegebenen Zeitrahmen aus Ländersicht realistisch ist. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht im Anschluss den Stand des Netzausbaus vierteljährlich. Die Berichte finden Sie auf www.netzausbau.de Slash Vorhaben